Nein. Du guckst was? Das hätte ich nicht gewusst. Keiner. Ich guck kein GZZ. Ich guck so ein Scheiß auch nicht, aber... Aber wusstest du das? Und wir alle nicht? Die machen das alles irgendwie so melodramatisch. Ach nee. Wie kommst du denn da drauf, dass solche Shows melodramatisch sind? Oh mein Gott, du bist mein Bruder. Nein. Oh mein Gott, du hast mit meiner Schwester geschlafen, die mein Onkel und meine Tante ist. Ja. Und... Was? Weißt du aber, was noch schlimmer ist? Ich habe auch mit ihr geschlafen. Weißt du, was noch schlimmer ist? Im vorigen Leben war ein Mann. Und der war mit deiner Mutter zusammen. Das heißt, du hast mit demselben Mann-Frau geschlafen wie deine Mutter. Dumm, dumm, dumm. Okay, nein. Und das Schlimmste war... Der war mal Hausmeister. Boah. Und bei einem Mordfall war er der Gärtner. Genau, und wie wir alle wissen, sind die Gärtner immer die Schuldigen. Ja, die Gärtner. Der Gärtner war's. Weil der immer ein Hausüerschüssel hat. War das nicht bei Tex Avery Show? Mhm. Wie sowas. Ja, stimmt. Da war sie Butler. Tod durch Gärtner. Tod durch Gärtner. Ah, jetzt. Da war er Tod durch Gärtner, Tod durch... Was hat er noch versucht? Tod durch Gargoyle. Tod durch Spyro. Spyro. Yay. Tod durch Kaminfeuer. Tod durch... Ähm... Scheiße. Tod durch Gabel. Was denn? Tod durch Lachanfall. Was ist denn jetzt los? Ich glaube, das ist nicht sehr spannend gerade für die Zuschauer, glaube ich. Na gut, vielleicht doch. Eine... 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 Eine Intervention, äh... Oh, ich glaube, sie hat einen holländischen Keks gegessen. Oh, ich glaube, sie hat einen holländischen Keks gegessen. Okay. Hast du das aufgenommen? Ja. Das ist ganz cool. Ist alles aufs Wand. Ja. Kannst du mir mal schicken, denn? Wieso, ich lade es doch eh hoch. Achso, okay. Da kann jeder angucken, auf der weiten, weiten Welt, bis auf alle, die nicht Deutsch verstehen. Ja. Die hören nur jemand lachen und wissen nicht warum. Ja. So, jetzt erklär doch mal, wieso hast du gelacht? Davon alle wissen. Ich habe meine Dummheit unter Beweis gestellt. Wieso? Was ist passiert? Ich habe meinen Becher bis rein mit Orangensaft vollgepackt und dann hatte ich ein bisschen was rausgetrunken und weil der Orangensaft so orange war und der Becher auch orange ist, habe ich nicht mehr gesehen, dass der Orangensaft drin war. Und dann habe ich die schöne dicke Cola-Flasche in den Augen und habe da reingekippt. Ich würde sagen, es klebt sich. Wie lang ist denn der Schiff? Wie lang ist denn der Schiff? Achso. Jetzt hält die alles noch am Rahmen. Jetzt sieht man alles sehr braun aus. Ja. Was will man werden, wenn man einen Ball im Becher fangen kann? Also ich meine, Cola an sich ist ja auch schon braun. Es ist wirklich nur so schwarz. Hellbraun. Dunkelbraun. Sehr, sehr dunkelbraun, aber Cola ist nicht wirklich schwarz. Das wohl schmeckt? Nein. Schwarzer Kaffee, Junge. Weißt du überhaupt, wie dick er ist? Kaffee? Nee, ich trinke keinen Kaffee. Na, schade. Na, ich auch nicht. Ich fand da und Cola schmecken, aber warum soll Orangelsaft und Cola nicht schmecken? Orangelsaft und Cola ist ja wie, äh, ich hab den Namen vergessen, egal. Ja, wollen wir mal starten, oder? Warum denn auch, wir wollen eigentlich mal starten, oder? Ja. Soll ich es wirklich so möglich mit drei Packen das Video? Nein. Doch, doch, doch. Lieber nicht. Lieber nicht. Lieber nicht. Lieber nicht. Ich bin in Gespräche jetzt. Eine Frage, soll ich auch normal lassen, oder wollen wir auch schwierig schwer wieder erhöhen? Schwer wieder zurück. Gut. Solange man keine Tanks auffüllen muss, auch schwer. Gibt es ja nachher noch irgendwo ein Level, wo man 20 auffüllen muss, die man von 13 auf 16? Nur in den Spielen. Ey, dann müsste es ja 19 sein. Ja. Da muss man bis zum Augen. Don't carnival, you must be this tall to die. Mein Gott, Parade der Untoten. Du, 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 du Warte, unser... Was hat das damit zu tun? Ich weiß auch nicht. Ich wollte nur irgendwas sagen. Ich will ein Bismarck-Zombie. Einfach so, weil es auslösen wäre. Vielleicht war Jesus ja der erste Zombie. Ich meine, er ist wieder auferstanden. Gibt mir zu denken. Aber wie manche Leute in der Kirche manchmal aussehen, nach so einer stundenlangen Sitzung, der kann es vielleicht verstehen. Das ist so ein bisschen Zombies-mäßig. Play nice kill Zombies. Das müssen ein paar Dinge gesagt werden. Können wir lieber wieder über was anderes reden? Sonst fange ich gleich noch an, Halleluja zu singen. Halleluja. 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 Rain? Rain? Ja? Wie viele Mädchen haben dir schon mal ins Gesicht geschlagen? Guck mal da. Ich kann mich an keinen Sinn erinnern. Ja, dann komm mich mal besuchen. Dann wissen wir mal Erfahrungen. Interessante Erfahrungen. Ja, chill. Jucki du. Erstmal eine weite Fahrtwurz. Das heißt, ich hab gesagt, du kommst nicht zu dir. Ich dich. Also, ich hab's auch schon. Du musst zuhören. Nee, äh, ich hör nicht zuhören. Ich schieße. Über das Zeichen aus dem Kindergarten. Und zu Ohren auf. Da ist ein Splitter, da ist ein Splitter, da ist ein Splitter. Splitter. Ein Char-Char. Ein Chio. Ein Zombie. Eine Schroffritte. Ich bin ihm mal an den Gegend gelaufen. Ein Chioffritte. Das sind die기 studenten. Geht das denn11% ikke? Je,이� graph'? Die ist ein Chioffritte. Jockey, 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 Jockey. Wo ist denn der? Ah Mann. Daaaaaa. Daaaaaa. Uuuh, summation. homeschooling heute gehe ich liebe zwölf ich hab mir kochen blööööööööööööööööват Der Boden hält so schön. Am Reifen mit dem Blut. Ich bin nicht hergekommen. Wer heißt denn nicht? Nein, Lama, nein. Wann, Lama ist mal hüten? Nicht. Ah, Jockey. Ja, ich habe mich selbst angepackelt. Mach das nochmal. Ich habe es nicht gesehen. Mach das nochmal. Ich habe es nicht gesehen. Mach das nochmal. Ich habe es nicht gesehen. Lass mich durch. Ich bin Schio-Lustiger. Schau-Lustiger. Ah, ich werde gezogen. Das ist ein Lecker. Ein Lecker. Ein Zucken. Ein Bastel. Die sind alle. Das sieht sehr stylisch aus. Meine Schuld. Ich wollte eigentlich nur helfen, aber ich konnte dich ja nochmal befreien eben. Ich sehe nur Pfeile. Rote Pfeile entstanden. Wir sind alle auf einmal gestorben. Strange. Manchmal ist, glaube ich, auch nahe Zusammenbleiben nicht so effektiv, oder? Eigentlich schon. Das ist nicht witzig, ich nenne. Das kommt drauf an. Es kommt drauf an, welche Leute spielen. Am besten, wir halten uns nicht so lange auf mit Autos. Ich glaube, jetzt einfach durch. Ich schieße einfach. Das reicht nicht. Mach das. Hey, wir sind jetzt schon mal viel weiter als vorher. Ja, und wir haben alle mehr Leben. Nein, ich stehe. Ich auch. Bis eine Stehe geblieben ist. Ja. Geil. Du bist am schweren, mein Jockey ist. Komm. Tschüss. Tschüss. Wiedersehen. So wie zu dem Thema. Nochmal. Jupptidu. Das war irgendwie ungünstig. Das war langweilig. Na gut, die Zuschauer lachen sich schlau. Wieso kriegen wir bitteschön so viel Schaden jetzt auf einmal wieder? Schwer ein Schlag. Drittanbieter Server. Bereitgestellt. Ja. Ich schreck sie schon mal auf, ne? Was schreibt sie auf? Die Anzeige. Ich schreck sie schon mal auf. Ich schreibe den Namen der Saison.